Der beste Fußballer der Welt ist für mich? Andrea Pirlo Wen willst du in der Sauna nicht treffen? dich Mailand oder Madrid? Azimila Die größte Pfeife im TNS? Frankie Der beste Trainer der Welt ist? Ancelotti Verteidigen oder angreifen? Verteidigen Europameister 2016 wird? Schweden Am Spielfeldrand bin ich? Gelassen Amateurfußball ist für mich? Mehr als ein Hobby ElbgeekTV ist für mich? Ein cooles Format